Sicht ist okay. Ich muss sie erst mal finden. Das ist ein ganz anderses Teil. Vorsicht! Alles erreicht, würde ich sagen. Könnt ihr noch ein paar Ohrschützer mitbringen sollen, oder? So! Warte! Fall zu, das Ding! Wenn du mal deine Ohren packst aus dem Ohr! Ja! Mach schon weiter, ne? Aua! Ich denke mal, so drei, vier Mal, da kommst du hier unten an. Aber die Bahn ist ja auch noch zu unbrechbar. Scheiße! Schmerzen! Nein, mein Kreuz ist kein Kreuz. Ja, mach doch mal eine Staube! Ich kann nicht mehr! Ich bin unten! Ich bin unten! Ja, ich roll jetzt! Ja! Oh, Scheiße! Alles rausgekriegt, ja! Ja! Sieh, wenn er nicht tauchen ist im Sommer hier! Ja! Ein dezent, ein wenig Kett. Ja!